Möchtest du ein Glas Champagner? Sehr originell. Der ganze Club wird Champagner trinken. Mal sehen. Im Winter wurde er mit einer unbekannten pflanzlichen Substanz festgenommen. Im April hat er Geburtstag gefeiert. Zwei Restaurants zerschlagen und ein Boot versenkt. Das heißt, er hat einem Polizisten den Hintern ruiniert. Glaub ihm nicht. Ich wurde reingelegt. Wir sperren ihn ein Jahr ein. Dann hast du keine Wünsche mehr offen. Wir gesoffen. Wer seid ihr? Wo sind eure Smartphones? Wo sind die Flugzeuge, die Autos? Russland wird regiert von allen im Chor. Wladimir... Alexander Nikolajec. Ich, Alexander Nikolajec. Grisha, 19. Jahrhundert. 1860, weißt du selber. Wie jetzt? 1960 nach Christus. Dazu, du darfst nicht vergessen, wir machen eine große Sache. Wir wollen nicht nur deinen Sohn zurück, sondern wir erschaffen einen neuen Menschen. Flüchtige Leibeigene werden ausgestrahlt. Mörder! Wir haben für viel Geld ein ganzes Dorf aufgebaut. Einen Haufen Schauspieler engagiert. Nastia hat in jeder Ecke eine Kamera installiert. Und wenn er herausfindet, dass das alles gespielt war, wird er uns verfluchen. Es kann keinen Fehler geben. Heißes Höschen! Was? Die moderne Unterwäsche. Aus der Zukunft! Fass mich nicht an! Lass los! Zeig mir das! Er ist dämlich. Selber dämlich. Er ist gestresst. In der Vergangenheit. Entschuldige, ich habe mich wie ein Tier benannt. Beleidige keine Tiere. Na gut, wie ein Pilz? Darf man Pilze beleidigen? Das geht nicht. Schaltet die Grillen ein und zündet die Fackeln an. Ruf, hau, 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 hau. Du hast eine Schachtel und ich habe eine. Du sagst Hallo, ich sag Hallo und wir hören einander, selbst wenn du in einem anderen Dorf bist. Wie das denn? Ein Wunder.